Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Eure Liebe und Tatkraft gehen im Mai wohl erst mal in euren Beruf oder auch in eure kreativen Projekte. Singles haben langfristig schöne Romantikaspekte und die werden in der zweiten Monatshälfte aktiviert. Da sprießen bei euch bestimmt die Frühlingsgefühle. Falls ihr jemanden kennengelernt oder aus anderen Gründen Beratungsbedarf habt, wendet euch gerne an mich über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Die Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Mitte April hat ja Chiron das Zeichen gewechselt und ist in den Widder gegangen. Chiron ist der innere Heiler im Horoskop und gilt als der moderne Herrscher der Jungfrau. Das ist super spannend für euch. Schaut euch doch dazu bitte unbedingt mein Chiron-Special an und Teil 2 ist jetzt auch online und heißt Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und in meiner Verlosung könnt ihr diesen Monat eine Chiron-Beratung bei mir gewinnen. Da erfahrt ihr alles darüber, wie der Heiler in eurem Geburtshoroskop steht und wie der Transit durch den Widder für euch wirkt. In meinem Jahreshoroskop findet ihr auch den Überblick über alle langsam laufenden Planeten. Das sind die Tendenzen, die das ganze Jahr über für euch wirken. Das könnt ihr entweder in dem Video nochmal anschauen oder in meinem Buch nachschlagen. Etwas weiter bewegt haben sich in diesem Monat folgende Faktoren. Den Kreativaspekt hier von Lilith empfangen jetzt die Geburtstagskinder vom 11. bis 16. Juni. Neptun verdreht weiterhin so mancher Jungfrau hier im Partnerhaus den Kopf und das gilt vor allem für die Geburtstagskinder vom 7. bis 13. September. Aber sie empfangen eben auch gleichzeitig den günstigen Aspekt von Jupiter. Das heißt, ihr könntet im Mai romantisch verzaubert werden. Ja, und im Mai steht dann auch das nächste kosmische Großereignis mit einem Langsamläufer an. Der exzentrische Uranus wird das Zeichen wechseln. Er wandert in den Stier, nachdem er zuvor sieben Jahre lang durch den Widder gelaufen ist. Und als erstes spüren, dass die Geburtstagskinder vom 23. und 24. August, aber natürlich können auch andere Planeten oder auch der Aszendent in eurem Horoskop diese anregende Energie empfangen. Das ist ein sehr prickelnder Aspekt. Nicht nur eure Ideen und eure Klugheit kommen gut an, ihr habt auch eine sehr attraktive Ausstrahlung. Magnetisch zieht ihr interessante Leute in euer Leben, mit denen ihr die gleichen Interessen teilt und euch gegenseitig inspiriert. Der Einfluss geht von Mitte Mai bis November und ab März 2019 wandert Uranus dann für die nächsten sieben Jahre in den Stier und damit in den prickelnden Aspekt zur Jungfrausonne. Und nach und nach werden alle Geburtstagskinder davon profitieren, mit guten Ideen, tollen neuen Bekanntschaften und geistigen Höhenflügen. Ich werde dazu auch ein Special veröffentlichen und wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, erfahrt ihr automatisch, wenn ich neue Videos hochlade. Jetzt wollen wir uns den Monat im Überblick anschauen. Die Sonne steht im Stier, sehr günstig für euch hier in eurem neunten Haus und verstärkt auch eure Vitalkraft und versorgt euch mit guten Ideen und auch Manifestationskräften. Merkur ist wieder direktläufig und steht noch im Widder und der Mars befindet sich im Steinbock. Das ist ein sehr günstiger Aspekt für euch, der euch ebenfalls beim Manifestieren unterstützt. Wenn ihr eine Liebelei am Laufen habt, ist das auch ein sehr sexy Aspekt und ihr habt Lust, euch zwischen den Laken zu tummeln. Die Venus befindet sich im Zeichen Zwillinge, das ist in eurem kosmischen Haus der Karriere. Wenn ihr euch also gern für eure beruflichen Ziele einsetzen wollt, nur zu. Das ist jetzt eine gute Zeit, in der ihr mit Charme und einem gewinnenden Auftreten Punkte machen könnt. Da es aber auch eine Spannung zu eurer Sonne ist, dürft ihr nicht träge werden und von anderen erwarten, dass sie euch die Gelegenheiten auf dem Silbertablett servieren. Wenn ihr überzeugt seid, dass ihr gute Vorschläge habt, dann setzt euch auch dafür ein. Ab dem 12. Mai merkt ihr vielleicht schon, wie eine Art Energiewende heraufzieht und die allgemeine Stimmung aufgeregter und nervöser wird. Der Merkur als euer traditioneller Herrscher gerät dann in eine Spannung mit Uranus und Mars und das macht euch vielleicht auch nervös. Aber das Blatt müsste sich zu euren Gunsten wenden, denn der Merkur geht am 14. in den Stier, gefolgt vom Uranus am 15. Mai und damit stehen die beiden Planeten günstig zur Jungfrausonne. Allerdings gehen sie auch in Spannung zum Mars, der am 16. Mai in den Wassermann wechselt und diese Spannung wirkt noch bis zum 20. Mai weiter. In dieser Zeit solltet ihr euch von nichts und niemandem verrückt machen lassen. Jungfrauen sind sehr empfindsam und leicht aus ihrer Mitte zu reißen. Überlegt euch, was euch gut tut und was euch dabei hilft, in eurer Mitte zu bleiben, denn die Menschen reagieren jetzt äußerst seltsam. Wenn ihr in heilenden und helfenden Berufen tätig seid, habt ihr bestimmt viele merkwürdige Anfragen von Klienten, die mit irgendeinem Chaos nicht fertig werden. Aber das Wichtigste ist, dass ihr euch um euch selbst kümmert und euch davon nicht überwältigen lasst. Am 15. haben wir noch einen ganz tollen Neumond auf 24 Grad Stier. Den könnt ihr nutzen, um euch zu sortieren. Für die Neumond-Meditation empfehle ich euch, über eure eigene Fort- und Weiterbildung nachzudenken. Uranus wird euch hier für lange Zeit fantastische neue Impulse bringen und die meisten Jungfraugeborenen, die ich kenne, lieben es, ihr Leben lang weiterzulernen. Also träumt davon, was ihr gerne noch lernen und erfahren möchtet. Wenn ihr selbst in der Ausbildung tätig seid, könnt ihr tolle Ideen entwickeln, was ihr für Kurse anbieten möchtet. Und das ist auch ein spannender Neumond für alle Jungfrauen, die gern verreisen wollen. Denkt drüber nach, was ihr da umsetzen könnt, wo ihr euch ein bisschen frischen Wind um die Nase wehen lassen könnt. Dieser Neumond läutet eine Phase bis zum Vollmond am 29. ein, in der die Aspekte zunehmend harmonischer werden. Am 19. Mai geht die Venus ins Zeichen Krebs. Das ist ein sehr schöner und freundschaftlicher Aspekt für euch und er spricht von guten Begegnungen und schönen Zeiten mit euren Freundinnen. Beruflich ist der Aspekt auch günstig, nämlich um euer Netzwerk zu pflegen oder neue Kontakte zu knüpfen. Am 21. Mai morgens um 4.14 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Zwillinge und aktiviert damit euer kosmisches Karrierehaus für die kommenden vier Wochen und gleichzeitig auch den Jobbereich eures Horoskops, wo der Mars steht. Das bringt Schwung. Also haut rein, wenn ihr beruflich vorankommen wollt. Zwischen dem 24. und dem 27. ist es eine Phase, wo es zwischen euch und euren Freunden zu kritischen Bemerkungen kommen kann oder auch wo man sich mal darüber klar werden muss, dass man seine jeweiligen Grenzen akzeptiert. Aber diese Phase geht schnell vorbei. Die Vollmondkonstellation am 29. sieht sehr harmonisch aus. In den Tagen darauf bildet sich ein großes Harmoniedreieck hier zwischen Liebesgöttin Venus, Wohltäter Jupiter und Romantikplanet Neptun und alle stehen in euren sozialen Häusern und im guten Aspekt zu eurer Sonne. Und am 30. wechselt der Merkur in die Zwillinge und bringt gute Impulse für die Karriere. In diesen Tagen und bis Anfang Juni solltet ihr euch nicht zurückziehen, sondern die Gesellschaft von netten und anregenden Menschen suchen, die sich wahrscheinlich sowieso für euch interessieren. Das dürfte ein sehr angenehmer Monatsausklang für euch werden. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein riesen Echo ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.